Alles begann in den Sommerferien 1989. Meine beste Freundin Sophie fuhr in den Urlaub nach Ungarn. Sei schön brav, Sputnik, und mach, was Fritzi sagt. Ich blieb zu Hause in Leipzig und kümmerte mich um ihren kleinen Hund, Sputnik. Ohne Sophie war der Sommer todlangweilig. Doch Sputnik und ich machten das Beste draus. Sophie ist morgen wieder da. Dann fing die Schule wieder an. Aber Sophie kam nicht zurück. Ich melde. Die Klasse ist vollzählig. Bis auf Sophie Vollmer. Weiß irgendwer, wo sie ist? Was war passiert? Was glaubst du denn? Die Hippies haben rübergemacht. Sophie macht nur länger Ferien. Hast du gewusst, dass Kathi in den Westen will? Nein. Und was ist mit Sputnik? Papa? In ein paar Jahren darf Sophie bestimmt wieder in die DDR einreisen. Erst in ein paar Jahren? Ich musste ihn doch zurückbringen. Zu Sophie. Über 3000 DDR-Bürger, die in Prag in der Botschaft der Bundesrepublik Zuflucht gesucht haben, dürfen mit dem heutigen Tag ausreisen. Plötzlich gehen die Menschen auf die Straße. Sputnik, komm her! Sie demonstrierten für Freiheit und offene Grenzen. Wir kommen nun schon seit vielen Jahren hier zusammen. In der Nikolaikirche. Wir sind das Volk! Und ich war mitten drin. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hast du auch nur eine Vorstellung davon, wie gefährlich das ist? Nicht nur für dich, für uns alle! Erklärst du mir mal, worum es hier eigentlich geht, Fritzi? Ich will Sputnik zu Sophie bringen. Über die Grenze? Da wohnt Sophies Oma. Mein großes Abenteuer begann. Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte. Jetzt auf DVD und digital.